Das ist keine Erkundung. Es ist eine Hinrichtung. Als sie dich hier reingesteckt haben, wollten sie nicht, dass du zurückkehrst. Und selbst wenn du es tust, und selbst wenn sie ihre Versprechen halten, welche Freiheit erwartet dich? Ein paar sterbende Schiffe in einem seetotter Stern. Wenn es noch Hoffnung gibt, ist es hinter diesem Schleier. Hoffnung in diesem Nichts ist nichts weiteres als eine Illusion. Ich selber entscheide meinen letzten Atemzug. Hier, auf dem Grund des Ozeans. Nicht sehbar. Nicht hörbar. Nicht kontrollierbar. Sie kriegen ihre Hinrichtung. Ich kriege meine Freiheit.